Guten Abend zusammen, Glückwunsch, Congratulations Doug, for the win this evening. Was zu sagen, ganz kurz, wenn ich ehrlich sein, wir haben nichts mehr als einen Punkt verdient heute Abend. Und wenn ich ganz ehrlich sein, vielleicht wir haben nicht einen Punkt verdient, aber we'll take the point. Ingolstadt ganz klar die bessere Mannschaft, erste, zweite, dritte. Der dritte Drittel, wir haben Eishockey gespielt, wir haben etwas kreiert, wir waren läuferisch stark, wir haben Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube, Ingolstadt war vielleicht ein bisschen müde von Mittwoch und Freitag zu spielen, das ist nur unser zweites Spiel diese Woche. Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr Kraft in den dritten Drittel. Dustin Straumeyer, Straumeyer war super für uns, eine Chance gegeben, im Spiel zu bleiben. Und ich glaube, wir haben gut gemacht mit unserer Unterzahlssituation. Wir waren aktiv, wir waren mehr aggressiv. Und große Überzahl, also Special Teams, Special Teams, Dustin Straumeyer. Und ja, das war, wie wir haben einen Punkt gekriegt heute Abend. Und ich wünsche, alles Gute für die nächste Spiele. Danke. Danke sehr. Dr. Shen, your statement, please. Thanks, Pat. Ja, I thought we played a pretty excellent game for the first 40 minutes. I thought we were really, really good. And I think Pat's right, his goaltender was very, very good the first 40 minutes. And we just couldn't put him away. We had the chances to put him away and get the score a little up. But I think we had some missed opportunities where we should have shot more. And we passed off, which trying to get the guys to be a little bit more selfish and shoot the puck and not worry about setting up your buddy or something like that. But, you know, it's unfortunate that you've seen that happen many times where you play really well and a team hangs around, hangs around, and they eventually, you know, eventually tied up. And, you know, I'm just happy Thomas Greilinger made a great play in overtime to get us the extra point. And I would have liked to have three, but we'll take the extra point tonight. And every game's like a playoff game now. And so there's two big games before the break. And hopefully we can get a couple wins, but we're satisfied with the win. Herzlichen Dank. Zusammengefasst sagt Dirk Shadden, er contestiert seiner Mannschaft ein ziemlich exzellentes Spiel. Schwenning & Scholey hat aber eine sehr gute Arbeit verrichtet. Man hätte selbst auch mehr schießen können und etwas eigensinniger sein können. Unglücklich war, dass man den Ausgleich noch bekommen hat. Ein schönes Overtime-Tor. Thomas Greilingers hat dann für den Unterschied gesorgt und er ist zufrieden mit dem Sieg. Gibt es Fragen in der Runde der Medienvertreter? Die sehe ich heute nicht. Dann verweise ich noch auf das nächste Spiel, das ERC Ingolstadt. Am Mittwoch um 19.30 Uhr kommen die Iserl und Russers in die Saturn-Arena. Wieder ein spannendes Spiel. Bis dahin eine gute Heimreise den Schwenninger Gästen. Danke.